Hallo, ich bin Gabriele Kärcher und ich zeige dir meine Art zu reisen. Ich mache mir jedes Land zur Heimat auf Zeit, ohne zu werten oder zu urteilen. Diese Videoreihe ist meine Liebeserklärung an die Pferdewelt. Komm mit mir auf meine große Pferdeweltreise. Heute ein ganz persönliches Video über mein Leben mit Pferden. In dieser kleinen Biografie erzähle ich dir von Willen und von Wagnis und von erfüllten Lebensträumen. Ich bin geborene Pferdefreundin, passionierte Reiterin. Meine Stärken sind das Beobachten, das Wahrnehmen und meine Empfindungsfähigkeit. Wissensdurst ist mein Leitstern. Wie alles begann. Knarrendes Leder, wippende Ponymähne, der Duft des Pferdekörpers, das Getragenwerden. Das sind beglückende Erinnerungen an die Kleinkindzeit. Der erste Ritt als Dreijährige auf Checkpony Bubi bleibt im Gedächtnis und verbindet die Seele für immer mit dem Pferd. Reitunterricht und jeden Sommer Reiterfern sind die Highlights meiner Kinder in Jugendzeit. Als eher ängstliche und menschenscheue Natur stärkt mich die Verbindung mit dem Tier. Puppen- oder Mädchenbücher lasse ich liegen. Mich fasziniert der wilde Westen. Die Art, wie Cowboys und Indianer reiten können. In der Reitschule muss ich mich zum Angaloppieren konzentrieren und koordinieren. Sie scheinen eins mit dem Pferd zu sein. Die große Sehnsucht keimt. Irgendwann will ich dorthin. Mit dem Fernweh wächst der Wunsch nach Mobilität, Reisen und Freiheit. So nehme ich im 18. Lebensjahr meine letzte Reitstunde auf Stute Gypsy und tausche Zügel gegen Lenkrad, Reit gegen Fahrstunden. Der erste Traumwagen. Das Reisen kann beginnen. Ich erkunde die Heimat und für einige Jahre rücken die Pferde in den Hintergrund. Erst durch die Arbeit als Redakteurin im eHappa Verlag komme ich wieder in Kontakt mit Pferden. Wir konzipieren die Zeitschrift Wendi, ein Magazin für pferdebegeisterte Mädchen. Hier die allererste und eine aktuellere Ausgabe. Mit entsprechend viel Herzblut leite ich viele Jahre lang die Wendi-Redaktion. Das Heft erobert Markt- und Mädchenherzen. Kurzum, die Wendi wird Kultmagazin. So oft es geht, bin ich draußen. Begleite Fotografen auf Produktionen, mache Interviews wie hier mit Dressurreiterin Monika Teodorescu und beginne selbst zu fotografieren. Dann ein schicksalhafter Anruf in der Redaktion. Eine Reiseagentur, die Wildwestferien für Jugendliche in den USA anbietet. Ich habe die Chance, vier Ranches zu besuchen und zu dokumentieren. Yes! So kommt es zu meiner ersten Reise nach Amerika, von der ich schon als Kind geträumt hatte. Eine der Ranches liegt im Reservat der Crow-Indianer in Montana. Schon die Fahrt vom Flughafen zur Ranch fühlt sich an wie nach Hause kommen. Mein erster Gedanke, hier gehöre ich hin. Ich reite mit den Cowboys und den jugendlichen Gästen, besuche die indianische Schwitzhütte und bin tief berührt von der Magie der Wildnis. Zurück in Deutschland denke ich an die weiten Montanas und ein Wunsch brennt in mir. Dort will ich leben. Der Sinn steht mir nach Veränderung. So fasse ich den Entschluss, das Leben neu zu wagen. Ich tausche den sicheren Job in der Redaktion gegen die Freiheit als Selbstständige. Mit meiner Pferdefaszination bestreite ich von nun an freiberuflich meinen Lebensunterhalt. Ich folge den Pferden, schreibe und fotografiere für die Wendy, aber auch für Fachzeitschriften und Pferdebuchverlage. Ich werde zur Reisenden im Sattel. Die Zügel in der einen, die Kamera in der anderen Hand reite ich auf Motivsuche. Die perfekte Verbindung meiner Leidenschaften finde ich auf Reittouren durch viele Länder wie Marokko, Irland, Spanien, Botswana, um nur einige zu nennen. Die Abenteuer dokumentiere ich in Reitermagazinen. Urlaub brauche ich nicht. Ich würde doch nichts anderes machen als in meinem Traumberuf. Was mich mit großer Dankbarkeit erfüllt. Und immer wieder Montana. Aber auch wenn ich meinen anfänglichen Auswanderungswunsch nicht verwirkliche, so wird mir das Indianerland doch zur zweiten Heimat. Larry Falstown und seine Familie nehmen mich auf ihrer Diamond Hanging Seven Ranch wie ein Familienmitglied auf und bringen mir das Leben im Crow Reservat nahe. Zusammengerechnet habe ich mehrere Jahre dort gelebt, habe alle Jahreszeiten Alltag und Gästebetrieb mitgemacht. Die Pferdehaltung, das Reiten, das Leben, alles scheint wohltuend frei und unkompliziert. Die Ureinwohner haben ihren traditionellen Lebensstil verloren, doch nicht die Traditionen selbst und nicht ihren Stolz. Das zeigt sich auf Stammesfesten wie den Crow Native Days und der Crow Fair, von denen ich in einem der nächsten Videos ausführlich erzähle. Wir lernen in erster Linie über den Verstand. Indigene Völker lernen ihrer Natur nach durch das Leben. Learning by Doing habe auch ich mir in vielen Bereichen zu eigen gemacht. So viel ich aus Büchern und von Fachleuten über Pferde gelernt habe, die größten Erkenntnisse kommen durch den Umgang mit Pferden selbst. Schulpferde waren meine besten Reitlehrer, wildlebende Mustangs meine Professoren zum Verständnis der Pferdenatur. Das wilde, ungezähmte Leben mit allen Härten und Herausforderungen entspricht der Urnatur des Pferdes. In freier Wildbahn gibt es keine Neurosen und kaum Krankheiten. Auch die Ranch-Pferde leben fast wie Wildpferde, ganzjährig auf riesigen Beinen. Und weil mir die freie Art der Pferdehaltung so gut gefällt, erfülle ich mir hier erstmals meinen Traum vom eigenen Pferd. Und nicht nur das, hier werde ich sogar Pferdezüchterin. Ich entdecke eine mir bis dahin völlig unbekannte Pferderasse. Das American Curly Horse. Ein Pferd mit lockigem Fell. Das muss eine seltsame Züchtung der Amerikaner sein, denke ich zuerst etwas gering schätzend. Doch Curlys sind abkömmliche wilder Mustangs. Extrem kälteresistent. Klug, nervenstark und von gelassenem Wesen. Das erfahre ich bei zwei Züchtern in North und South Dakota, die ich besuche, um über diese auffällige Rasse zu berichten. Dass sie außerdem hypoallergen sind, bringt mich auf die Idee, diese Pferde nach Deutschland zu importieren. Der kleine Wallach, Ebony's Steel Dust, ist das erste Curly Horse in Deutschland. Ich stelle ihn auf Messen und in Zeitungsartikeln vor und biete Schnuppertests für Pferdeallergiker an. Ebony kann viele Allergiker glücklich machen, was ihm umgehend gedankt wird. Eigentlich habe ich ihn recht emotionslos als Repräsentant seiner Rasse importiert, mit der Absicht, ihn weiter zu verkaufen. Doch daraus wird nichts. Mit seinem Charme, seinem Charakter und seinem Temperament erobert Ebony mein Herz im Sturm und bleibt mir für immer verbunden. Kurz nach seiner Ankunft importiere ich einen Hengst in zwei Stuten aus Ebony's früherer Herde in North Dakota. Der Grundstein der ersten Curly Horse-Zucht in Deutschland ist gelegt. Um die Zucht auszudehnen, erfülle ich mir einen weiteren Traum, den eigenen Pferdehof im Schwarzwald. Ich erfreue mich nicht nur am Leben mit meinen Pferden, sondern ebenso an dem Glück, das meine Pferde vielen allergischen Pferdefreunden bringen. Nach einigen Jahren meldet sich das Fermi wieder. Es gibt inzwischen mehrere Curly-Züchter und mir steht der Sinn, erneut nach neuen Herausforderungen. Ich beende die Zucht, trenne mich nach und nach von allen Curlys, behalte nur meinen kleinen Ebony und verkaufe schließlich auch den Hof. Die Trennung von Hof und Pferden erleichtert mir mein neuer großer Lebenstraum, der nun in die Tat umgesetzt wird. Eine Reise durch die Welt der Pferde. Als Dank für seinen treuen Dienste lasse ich Ebony zurück in die USA fliegen. Seinen Lebensabend soll mein Pferdchen in seiner Heimat, der großen, weiten Prärie, verbringen. Auf Larrys Ranch lebt der kleine Braune mit dem wilden Herzen noch viele Jahre glücklich wie ein Mustang in der Prärie. Frei von Verpflichtungen mache ich mich auf den Weg über alle Kontinente. Ich begegne wunderbaren Menschen und lerne die Beziehung zwischen Mensch und Pferd wie auch das Leben selbst aus neuen Perspektiven zu betrachten. Bewusst reise ich allein und unvoreingenommen. Ich lasse Gedanken verstummen und spüre die Energie der Stille. Ich vergleiche nicht, ich werte nicht. Ich stelle alle Sinne auf Empfang. Ich staune, bin neugierig, offen, aufmerksam. Lasse das Unbekannte auf mich wirken. Ich begegne jedem Menschen mit Interesse und Respekt und ohne Vorurteile. Und spüre die Verbindung mit der Welt und mit mir selbst. Pferde spiegeln die Kultur, in der sie leben. Kaum ein Tier ist so enorm anpassungsfähig, so eng mit den Menschen verbunden und dabei in seiner Natur doch frei und autark geblieben. Aus der Ferne wird der Blick auf das eigene Land geschärft. So wird die Reise auch eine Entdeckungsreise zur eigenen Kultur und zu mir selbst. Ich spüre unendliche Dankbarkeit für das, was ich sehen und erleben durfte und für das, was es mit mir macht. Jede Erinnerung ist ein Schatz. Alle meine Reisen und die magischen Momente jedes Landes habe ich in meinem Buch Follow the Horses, meinen Live-Vorträgen und dieser Videoreihe festgehalten. Ich möchte dich inspirieren, Bedenken über Bord zu werfen und jeden Tag deinen Träumen und deinem Herzen zu folgen. Lebensfreude ist die beste Medizin und ein Konto voll schöner Erinnerungen ist die größte Bereicherung. Musik 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 Musik